Weihnachtszauber in Mitterdorf. Über 40 Aussteller erwarten Sie. Am Samstag Eröffnung mit der Trachtenkapelle Mitterdorf. Mit dabei der Chor des Kindergarten Mitterdorf, Jugendorchester Bläserwind und der Besuch vom Krampus und seinen Gesellen. Am Sonntag erwartet Sie die Musikhauptschule Mitterdorf, die Märchenerzählerin Elisabeth Eisner und es gibt einen Besuch vom Christkind mit einer großen Verlosung. Weihnachtszauber in Mitterdorf bei freiem Eintritt.